Das heißt ja, dass sich in der Formel 1 eine Sekunde wie eine Ewigkeit hat. Und die vier vergangenen Monate ohne Rennen waren eine wirklich lange Zeit. Aber wir sind zurück in Melbourne, Heimat des großen Preises von Australien seit 1996. Die Strecke in Melbourne ist wirklich ernst zu nehmen. Durch die Kombination aus rutschigen Oberflächen und schwierigen Kurven werden Überholmanöver um einiges heikler. Eigentlich funktioniert es nur in den DRS-Zonen oder halt, wenn der Gegner vorher einen Fehler macht. Heute und für den Rest der Saison begleitet uns hier in der Kommentatorenbox ein wirklich toller Kerl. Der einzigartige und immer top informierte Stefan Römer. Jetzt sind wir also hier beim ersten großen Preis der Saison. Die Autos geben gleich zum ersten Mal Gas. Was sind denn deiner Meinung nach die wichtigsten Fragen, die wir beantworten müssen? Zu allererst Heiko und danke für die wunderbare Vorstellung, möchte ich folgendes sagen. Es ist wirklich ein Privileg hier zu sein und ich kann es kaum erwarten herauszufinden, was uns in dieser Saison erwartet. Jetzt, um deine Frage zu beantworten, natürlich bleibt abzuwarten, wie viel Performance die Autos zu bieten haben. Aber trotzdem geht es hauptsächlich um die Zuverlässigkeit. Es ist der erste große Preis der Saison und da willst du deinen neuen Teilen natürlich alles abverlangen. Die Boliden stecken voller ausgeklügelter, aber auch hochsensibler Technologie. Daher wird es heute wichtig sein, das Ende des Rennens mitzuerleben und dafür zu sorgen, dass nichts kaputt geht. Und natürlich willst du dich auch von allen Problemen fernhalten. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Max Verstappen ist gestern eine fantastische Runde gefahren und startet von oben. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Bottas, Richter, Sebastian Vettel und Magnus. Perez, Leclerc, Hülkenberg und Romain Grosjean. Gasly, Weber, Lando Norris und Science Union. Alben, Butler, Kimi Räikkönen und Daniel Ricciardo. Russell und Lance Stroll starten am Ende der Startaufstellung. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schaffen. Naja, schauen wir mal, wie es läuft. Wäre schön gewesen, wenn es das Außer da nicht im Weg gestanden hätte. Okay, unsere Systeme checken sind gut. Wir müssen in Flammation und starten mit dem Auto auf die Temperatur, bitte. Geben ein paar Räume in die Räume und worken die Räume. Wir wollen es schön und warm bei dem Ende der Lapp. Wir können in Flammation, tracker, nachdem ein contextsdorf auszuzeichnet. Das ist eine Räume, die Räume, die Räume und die Räume zu clams sind. Kinker mit Flammaat. Ich muss zuschauen, dass er uns nicht im Weg nachvollständigen. Das ist gut, wenn es die Räume ist. Wir wollen wir alle Räume und die Räume nachdenie hinzugehen. Wir wollen nachdenken, die Räume durch uns mit dem Sch vertellen. Redo ist klar. Wider ist gut für heute. So. 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 Schön, dass er sich noch dazwischen schiebt. So. 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 So können sie mir gerade. Frisch reifen und dann hoffen, dass wir sicherer durchkommen. Ich hasse das, wenn wir dann mit schönen Verkehr fest hängen. Ah, ich weiß es was. Gut, gut job, nice overtake. So. So. Was ist denn davor jetzt noch? Jawohl, hat geklappt, oder? Abge... Oder auch nicht. Nicht ganz. Fast. Jetzt bin ich genau wieder hinter dem, hinter den ich auch vorher war. Ich kann nicht mit ein bisschen Glück den Verkehr jetzt ausnutzen. Beide schön aufgehalten werden, beide. Boah, leg mich doch! Bleib auf deine Spur, Alter! Hab ihn! So, jetzt muss ich nur das Auto überholen, dann habe ich den Erster. Oder auch nicht. Nicht ganz. Da ist noch einer vorne. Dankeschön fürs Aufhalten ein bisschen. Und weil die zwei da vorne wahrscheinlich auch nicht in der Box waren, müsste ich das Erster sein. Ja. 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 schön hinter mir kleben. Ist auch mir fast klar, dass du jetzt da nochmal für dazwischen gehst. Ja, ist klar. So, jetzt bin ich vorbei. Im Zweifel drücke ich mich da noch vorbei. Und zwar mit Gewalt. Und zwar mit Gewalt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Genau, bekämpft euch da hinten ruhig. Lassen wir zumindest hier vorne die Luft zu atmen. Zwei unten noch. Zwei unten noch. So, das war der letzte Runde. Gott sei Dank. Da ist irgendwas runtergefallen. So, das war der letzte Runde. So, jetzt zur Runde. So, das kann man vorne halten. So, das ist dein final Runde. Final lap of the race. We're leading our teammate by 23.2 seconds. Ich vermute, das war so gemein zu greifen. So, das war's. 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 So, hoffentlich reicht das noch. Jawohl. Okay. So, das war's. So, das war's. So, das war's. So, das war's. Okay. So. Leistung heute von McLaren. Stefan Römer, was denkst du, wie sie dieses Resultat erzielen konnten? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Die Sieger sind jetzt auf dem Weg zum Podest. Es war ein fantastisches Rennen für das Team von McLaren, das steht fest. Sie werden heute Abend mit Sicherheit ordentlich eine Party zeigen. Werfen wir einen Blick auf die Fahrerrangliste. Richter übernimmt die Führung in der Fahrermeisterschaft. Kommen wir zum Fahrer des Tages, Stefan Römer. Wer ist dein Kandidat? Mein Fahrer des Tages war Devin Butler. Er war grandios, wie er sich durch das Feld gewarnt hat, wodurch er seinen Ruf gefestigt hat, sich unbarmherzig hochzukämpfen. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft zu werfen. Mercedes hat die Führung in der Rangliste übernommen. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenhänge. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Naja, Hauptsache gewonnen. So kann man gut in der Saison starten. Aua. Großartige Leistung da draußen. Ich nehme an, Sie sind recht zufrieden damit. Ja. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt, nicht wahr? Ihr Team ist angesichts Ihrer Leistung sicher völlig außer sich. Das war ein gutes Rennen für Lukas. Sind Sie erfreut, dass er so gut ist? Dem heutigen Rennen nach zu urteilen, muss es recht schwierig sein, Devin abzuwehren, wenn er überholen will, oder? Klasse, das war dann alles. Tolle Arbeit an diesem Wochenende. Dich auf dem Treppchen zu sehen, macht mich stolz. Okay. Brauchen wir nicht. Das heißt, es beginnt jetzt nächstes Wochenende. Ja.